Ich kann mich nicht mehr reagieren, Alter. Ich schieße, geh weg! Egal, Mann. Oh, ich bin der Heiler. Boah, voll geil. Ein Fixer voll mit einem Paper-Schnecker. Juhu. Junge Mann, ich dachte... Alter, war so ein Tommi, ne? Und der stand direkt hinter dir. Ich schlag auf einmal rauf, ne? Auf einmal ist sie so ein Dickkreuz. Ja, ich hab so vorhin gesehen, dass ein Tommi kann ich voll zurückbezogen. Dann gibt's ihm so ein Handy, Alter. Habt ihr recht? Wir haben's gepackt, man. Boah, die Puppe aus übelst. Und die Tommi sind so geil geflogen, Alter. Ja, das ist so geil. Ich kann mich nicht mehr so geil. Ja, wo meine Barfumbräu? Ja, wo meine Barfumbräu? Ja, wo meine Barfumbräu? Ja, wo meine Barfumbräu? Was ist so geil? Ja, wo meine Barfumbräu? Ja, wo meine Barfumbräu? Ja, wo meine Barfumbräu? Ja, wo meine Barfumbräu? Ich bin jetzt im Flugzeug-Sektor-Kook-Burgenssatz gekommen. Ich hab geschossen, ich hab Geld für dich hier. Im Flugzeug. Und dann SVD, Ammo. Jawoll. Mein Inventory ist voll. Schokolade gepressen. Willst du denn auch ein Messer haben, wenn ich genug Knete habe? Was los? Kann nicht so, wie du bist, man. Ja, ich lag hier beim Heli. Ich muss kurz schnell runter machen. So bist du. Und dann wird ein Spieler. Wo, wo? Auf Murphy. Ja, wieso bist du auch soweit vorgelaufen, du Lapp, Malta? Mann, ich bin auch. Nein, Mann, ich lebe da noch. Ich bin auf dem Flugzeug drauf. Ach so. Komm, Nico, der läuft Richtung Flugzeug. Du bist auf dem Flugzeug drinnen? Ja, ich bin, also ich werde runtergelaufen. Ja, ich bin jetzt auch hier drinnen, Mann. Bist du? Komm rausgelaufen. Wohin gehen? Mann, ich bin direkt auf der Flugzeugspitze. Ich bin jetzt runtergelaufen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo du bist, Alter. Ich bin im Flugzeug drin, wo wir den Typen gestern gekillt haben. Ja, Junge, wollen wir einfach Server hoppen, oder? Ja, den Kunden nutzen, Mann. Wo bist du denn jetzt? Ich bin rausgelaufen. Ja, ich bin jetzt draußen, guck. Ich bin rechts vom Flugzeug, Alter. Oh mein Gott, ich bin hier verloren. Recht zum Flugzeug. Da, ich seh dich. Ja, ich bin hier drauf. Komm, beeindruckt. Der läuft gerade. Der ist am Heli-Crash. Ja, warte. Okay, go, 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 go. Okay, go, 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 go. Ich brauchst du richtig geil, deine fickte Sniper, ey. Aber nicht, willst du von weit auf ihn draufbelehen, oder was? und er will ihn erst mal wir haben und bis zu den Weg ich sehe ich sehen er ist beim rechten Flugzeug im Heli-Crash oder ist ein Zombie eines der ja das ist er aber keine Waffe er hat nur eine Maske auf es ist doch ein Spieler kommt wo bist du denn? Ja hier hinter dir ich sehe nur einen kriegst du jetzt? er läuft direkt auf dem Tower zu das sieht eben in dem Gebäude das fragt man sich gar nicht ja ich sehe ihn jetzt ja ok aber das ist der einzigste Mann nein ja eben hier oben im Tower in Kimmo schon ranschleichen an die von rechts an, äh wenn die rauskommen holen wir uns die wir müssen nicht in den Tower wir müssen nur von rechts jetzt kommen warte mal anyone warte da ich sehe die der eine hat auf jeden Fall eine Knarre die sie hat beim anderen Heli-Crash also die wissen nur nicht das wir kommen, komm mach hinde oh du Bauer warum schreit sie jetzt da hin und leg dich jetzt hin halt, jetzt gucken die erstmal so in die Gegend checken ab warum schreit sie das jetzt rein? ich bin ich stehe du von dir da guck jetzt der Piste sich schnell nach ja ja er hat die Knarre der Bate der kommt auf mich zu, ne? hey hey wo bist du denn überhaupt? ich bin recht von dir guck mal wo der eigentlich spielt beim zweiten Heli-Crash da guck mal wo der hinläuft, der läuft genau auf mich zu bei mir steht der Mann dann hier ja da siehst du guck mal, du hast gesagt, jetzt guck mal hier, du ey, ich schüttelst du behindert, ne? Junge, wir haben zwei Waffen, er hat eine Pistole, was hältst du ein, die Augen? ja dann lauf mal vor, mach ihn kalt kommst du mit? da er läuft zum Bus, ich bin, komm los, alter du nimmst die Pumpe, ne? ja, brauchst du schon die Pumpe, alter wo ist der andere Spieler? man, die hatte sowieso, und der ist wichtiger ja, oder er wieder reingehen der ist überhaupt nicht der Waffe? nee, der hat nur einen Hammer nee, der hat jetzt eine Waffe genommen, also Hammer für Zombieschang wo bist du ungefähr? okay, da ich sehe dich da ich sehe, warte wenn das gut ist, genau da, da, er sieht dich! jetzt find ich, du dich erschießen, Alter Ja, er wird drin. jetzt rennt hin, Niko. mo-ma-ma-ma-ma-ma halt Jaja, ich luch schon da! aber ich sehe ihn nicht mehr da, da, ich sehe ihn. Wo bist du? Ich hab mich nicht mehr Hey, verloren, Alter Fuck, wo ist der, Mann? Da hinten steht er, beim grauen Auto Ich kann gar nicht sehen, sag, wo? Na, ich seh' nicht, man muss, du mitfut Zeh'n Glas, wo ist der, Mann? Na, ich seh' nicht, ich seh' nicht, okay Mir klappt's gar nicht mit dem Zombie Gibst du mir Deckung? Ich bin jetzt beim Eingang, wo bist du? Da, ich seh'n, er ist noch zu weit weg, Alter Okay, er kommt hier, er kommt hier Okay, okay, okay Wo bist du, Mann? Jetzt kommt deine Tat. Er kommt zu dir oben. Wo kommt der? Wo sitzt der denn, Mann? Mann, der muss irgendwo links sein. Okay. Hört mich nicht. Du warst nicht aufgerufen. Ich lasse mich kommen lassen, Alter. Da, er läuft weg, er läuft ganz hinten, ganz hinten ist er. Da, Herrmann. Er verpisst sich, Mann, der Bastard. Er ist weg, Alter. Komm, Nicola, auf. Du Höhrenzung, wie er, Alter. Boah, Scheiße. Ah, da bist du, okay, okay. Mit Sprinten, Alter, erst mal. Ey, der wäre richtig zurückgekommen. Ah, nein, du musst ja schießen. Ah, ja. Lieber schießen, erst wenn du richtig ihn hast. Wo bist du denn, Herr, weit gehst du in der Nähe. Wo bist du? Ja, das vernetzig ist gut. Lava? Ja, ich weiß. Wo weißt du das? Weil ich es gesehen habe. Ich habe wie eine Blicke gehabt, aber keine Pistole noch nicht mehr. Aber hat doch Spaß gemacht, Mann, oder? Ein bisschen extra, jetzt den anderen Lutscher holen, Mann. Auf jeden Fall, ne, ich habe ihn drei, viermal am Kopf getroffen, weil er stand ja nur so rum und hat so logout gemacht, ne? Weißt, also so rumgestimmt. die Kontistie sind immer du, ne? Keine Ahnung. Oh, da guckt man żadns 이것ISS. Du willst ja auch ein Dänne werden, oder?